Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Lian. Ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks, beweise dich, Hoffnung, ausgewogene Landung und Einfühlungsvermögen. Und wir spielen gegen eine Jägerin. Oh, die ist ja da. Klassischer Lian-Move. Okay, das war wirklich richtig schlecht. Ich hatte einfach Angst, Jägerin. Dort kommt sie. Und jetzt kommt ausgewogene Landung. Und damit bin ich hoffentlich weg. Schattenschritt, keine Rennspuren mehr. So. Magst du mich heilen? Danke dir. Boah, ich war gerade wirklich so orientierungslos, von wo die kommt. Und dann hatte ich direkt eine Axt im Gesicht. Naja, leider hat es jetzt Jeryl erwischt, aber immerhin bin ich jetzt geheilt. Schattenschritt ist schon sehr nice, ne? Du läufst jetzt bitte. Auf mich hier gerinnen? Ja, hier bin ich. Aui. Das Blöde ist, ich kann nicht nochmal, also ich bin noch erschöpft. Keine weitere ausgewogene Landung. Boah. Die ist echt ne Sackersanne, wenn du hier reinrennst. Äh, kein Jinn hier. Ich würde mich jetzt einfach gerne zurückziehen und irgendwo reparieren. Hallo, Cladet. Malst du uns das Demagen hier nochmal fertig machen. Dank beweise dich, geht's auch ein bisschen schneller. Dann haben wir immerhin den ersten Gen. Okay, immerhin habe ich Jeryl so gerettet, dass die Jägerin nicht direkt Jeryl getötet hat. Okay, die kommt, die kommt. Ja, ja, ich habe sie schon verstanden. Kann ja sein, Barbecue, verbittetes Gemurmel, ne? Jägerinnen, die spielen sehr gerne mit Aura-Perks. Hallo? Doppelheilung, oder ihr heilt, oder wir heilen dich. Also die Person ist geheilt, die gerade vom Haken kam. Los, 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 Heilung. Okay. Ich würde mich gerne von dort verdrücken. Ja, lass mal ein bisschen reparieren wieder. Irgendwie... So gut sind wir noch nicht mit den Jins durch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ständig ihr Lied höre. Hallo, Flutte. Ja, na gut, dann heil mich. Wo, 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 wo? Dort. Diesmal war ich sogar halbwegs rechtzeitig weg. Hier ist doch kein Gen. Wieso dachte ich, dass hier ein Gen wäre? Okay. Okay. Okay, das wird gejagt. Magst du mich vielleicht noch vollheilen, Mia? Mir fehlt nicht mehr viel. Es kann natürlich auch sein, dass sie mit Krufe einer Krankenschwester spielt. Oh, Mist. Okay, dann gehe ich nach da. Hallo, Cheryl. Das möchte ich heilen. Hinten hat Skledet erwischt. Immerhin, Kledetting noch nicht. Das heißt, das ist auch wieder ein frischer Haken. Ich weiß nicht, ob wir retten gehen sollten. Ich sollte wahrscheinlich schon irgendwie so langsam einen Manöver... Da wurde gerettet, super. Oh. Ich bin wieder hinter mir her. Das ist ein Problem. Jep. Ach, schade. Boah, ich finde die Runde irgendwie sehr verpeilt mit der Jägerin. Die erwischt mich irgendwie immer aus der Kalten. So. Okay. Was machen die anderen? Reparieren dort hinten. Aber ey, ich hinge auch noch nicht, ne? Die hat jetzt vier Haken gemacht, aber auch vier unterschiedliche Überlebende. Das heißt, keiner ist jetzt dem Sterben nah. Aber ich glaube wirklich, dass sie irgendwas Aura-mäßiges hat. Also gefühlt ist sie halt ständig in der Jagd. Und als Jägerin hat man häufig auch was Aura-mäßiges zugegebenermaßen dabei. Ja. Ja, willst du mich heilen? So weit weg, Clothet? Das ist kein Kreis der Heilung. Nee, die will mich einfach nicht. Okay. Die Clothet hatte gar kein Interesse an mir. Ist auch okay. Mia wird dorthin in die Jagd. Oh, die hat hier Schattenschritt, potenzielle Energie und Kreis der Heilung. Wenn er mich beide heilt, bin ich in Sekundenschule wieder lebendig. Dankeschön. Ich bleib vielleicht mal noch kurz im Schattenschritt. Ich mein, wie gesagt, kann halt gut sein, dass sie ihr Barbecue hat. Das hinten rennt Clothet. Ich renne hier doch garantiert gleich wieder rein. Nee? Okay. Dort waren Füße. Ich glaube, hier ist die Cheryl auch direkt. Hallo? Dort hinten ist Nia. Mir fällt es halt auch auf Indoor-Maps so schwer, irgendwie drei Gents zu erkennen. Und überhaupt so gut Gents zuzuordnen, wie gut der Killer gerade die Gents patrouillieren kann. Als Überlebende ist das echt tricky. Oft siehst du ja in so normalen, freien Maps, okay, dort hinten ist so ein Gebiet, da sind Gents beieinander. Du trennst der Killer wahrscheinlich häufig rum. Dieser Gen hier ist eher außerhalb. Ich bin nicht so lebendig. Lebendig. Um die Ecke, um die Ecke. Und jetzt Schattenschritt. Schattenschritt. Tu deinen Job. Und in den nächsten Schattenschritt. Tu deinen Job Schattenschritt. Puh, das gibt es noch nicht. Ich dachte, die täuscht nur an. Na ja, rät man nicht drüber, okay? Immerhin Nia hat gleich den nächsten Gen. Dann, ja. So. Und dort hinten ist der nächste andere Schattenschritt vor allem. Es sind fiese zwei direkt nebeneinander auf der Indra-Map. Ich meine, mir könnte sie gut folgen, aber... Gerade wenn sie halt auf Auren gegangen ist. Sehr nerviges Perk. Ich kann mir vorstellen, dass sie mich jetzt töten möchte. Ja. Der will jetzt einen Kill machen. Clodet, jetzt, jetzt, Clodet. Ja. Dankeschön. Okay, Nia ist tot, aber... Hier wäre auch noch ein Gem. Okay. Ich teste nur gerade. Kommt die zu mir? Das wirkt so ein bisschen so. Okay. Weil der Wiegenlied-Herzschlag ja nicht weggeht. Ich glaube, Cherry schafft ihren Gem. So. Hoffnung ist aktiv. Da ist die Jägerin da vorne wahrscheinlich. Sie hat Clodet. Dank Hoffnung renne ich hier 7% schneller. Ich hoffe, ich renne ihr nicht 7% schneller in den Tod rein. Das gibt's doch nicht. Ja, die jagt mich. Und sie weiß halt, dass ich so verpeilt bin. Die ganze Runde schon. Ich bin noch ein leichtes Ziel für sie. Dank Hoffnung bin ich halt nicht so leicht. Die Palette steht auch nicht mehr. Ich bin halt 10% schneller, aber... Äh, 7%! Nein! Aber nicht unsterblich. Ich war mir nicht sicher, ob die Äxte noch hat. Okay, naja. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich hab so verpeilt gespielt, die Runde. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, in der Inno-Map zu spielen. Und dann hörst du Herzschlag und denkst, der Killer ist da, ne? Ich denke, es ist auch okay, mal verpeilt zu sein. Aber, uff. Ist schon okay, dass sie mich erwischt und noch zwei Kills damit macht. Die anderen sind am Tor, sind rausgekommen. Ja, zum Bild an sich, ne? Eigentlich kam jedes Pygma zur Anwendung. Gerade, äh, ausgewogene Landung war am Anfang super. Beweise dich. Dadurch konnte ich auch mal schneller reparieren. Gemeinsam Hoffnung war jetzt am Ende zumindest so gut, dass mein Team, dass ich lang genug durchgehalten hab, dass mein Team entkommen konnte. Und Einführungsvermögen hat mir einfach Informationen geschenkt. So, okay. Ja, die hatte wirklich tödliche Verfolger, keine Versteckmöglichkeit, eiserne Jungfrau und Sackgasse. Ne? Dadurch, also, konnte sie halt ständig Leute sehen. Also, keine Versteckmöglichkeit. Sie tritt dann in Jen, sieht dann die Überlebenden, eiserne Jungfrau. Ah, ne. Ich hab gerade eiserne Jungfrau mit enthüllter Dunkelheit vertauscht. Ne, wirklich nur keine Versteckmöglichkeit. Na gut, das geht wiederum. Naja, na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020